Dann haben wir jetzt noch einen letzten Rausschmeißer für euch und da geht es darum, dass der VfB Stuttgart einen Investorendeal abgelehnt haben soll. Natürlich hat die Bild-Zeitung wieder die Infos, ganz klar, wer sonst. Und da heißt es, der bayerische Finanzinvestor Bregal hatte 40 Millionen Euro für 11,75 Prozent der Anteile geboten. Also ihr merkt schon, das ist dieselbe Höhe, wie einst der Daimler bezahlen musste für ihren Anteil am VfB Stuttgart. Dazu sollte es noch einen 60 Millionen Kredit für Projekte wie Stadionumbau oder die Clubheim Sanierung geben, also auch von Bregal. Und am 30. April unterzeichneten angeblich die VfB-Bosse und das Finanzunternehmen eine schriftliche Absichtserklärung und am 5. Mai soll Thomas Hitzesberger dann per SMS abgesagt haben. Ich denke mal, Uschi meinte WhatsApp, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das auch noch eine Info, die unbedingt in diesen Artikel verpackt werden musste. Aber ich meine, ganz grundsätzlich mal. Und der Grund, warum abgesagt wurde, soll gewesen sein, dass die Zinsen dann doch zu hoch seien. Ja, that's it. Das war der Artikel. Mehr wurde an Neuigkeiten nicht gedroppt. Ja, aber ich habe da wirklich viele Fragen. Also wirklich viele, viele Fragen. Also wer sind die VfB-Bosse? Und dann, du unterschreibst eine schriftliche Absichtserklärung und dann kannst du das aufkündigen per SMS oder WhatsApp. Also jeder, der von uns schon mal irgendwie ein Zeitschriften-Abo abgeschlossen hat, der weiß, das funktioniert so nicht. Also ich glaube dann in Millionenhöhe überhaupt nicht. Also das ist wirklich eine relativ wilde Story, die jetzt auch nur aus einer Quelle irgendwie uns zugetragen wurde. Also namentlich der Zeitung mit den vier großen Buchstaben. Ja, aber das ist wirklich spannend. Also spannend ist es allemal, klar. Man möchte wissen, ist da was dran? Wie hoch waren die Zinsen? Denn das ist ja eigentlich das Interessante. Also an und für sich ist es ja mal gut, dass man einen Investor gefunden hat. Aber vieles lässt halt darauf schließen, dass die Zinsen so hoch waren. Ja, also der Kredit muss so hoch bezinst gewesen sein, dass der VfB einfach absagen musste. Ja, also dem VfB geht es natürlich schlecht. Klar, ich habe es heute auch auf Twitter geschrieben, aber man muss sich natürlich nicht verramschen lassen. Auf der anderen Seite würde mich halt mal interessieren, ob die Kreditwürdigkeit des VfB schon so schlecht ist, dass man nur noch so Halsabschneiderangebote annehmen kann, beziehungsweise nur noch Angebot bekommt. Also das ist natürlich auch eine Frage, die sich da aufdrängt. Ja, Sebastian, du hast ja so ein bisschen recherchiert über Pregal und hast herausgefunden, dass für die eigentlich diese 100 Millionen Peanuts sind. Ja, ganz genau. Ich hatte ja auch gelesen, der bayerische Finanzinvestor Pregal. Da dachte ich, das ist halt irgendwie so eine Klitsche, die da irgendwie rein will. Einmal ein bisschen gegoogelt und wer ist denn Pregal überhaupt? Also Pregal ist eine Tochter der Kofra Holding. So, und jetzt erzähle ich dir, wer die Kofra Holding ist. Und die Kofra Holding hat, warte mal, eins, zwei, drei, vier Säulen. Und die eine Säule ist halt diese Pregal Investmentfirma. Die haben übrigens Investments in Höhe von vier Milliarden aktuell überall gestreut. Also die machen halt so Private Investment. Die sammeln halt Kohle ein von Anlegern in Fonds und investieren das halt dann in Unternehmen. Also so Quadrex-mäßig. Genau, Quadrex nur in seriös. Also auch wirklich in Unternehmen wie zum Beispiel Womb, diese Kinderfahrradfirma. Also die haben zum Beispiel jetzt auch im März, glaube ich, den Mehrheitsanteil von dem, ich glaube, Marktführer Online-Angebote für Golf-Equipment gekauft. Also die haben halt Kohle und die investieren da und investieren auch gerne in irgendwelche digitalen Angebote. Also wir haben Bregal, die haben halt vier Milliarden in der richtigen Adresse. Absolut, VFB-TV sage ich nur. Also wir haben Bregal, vier Milliarden investiert in irgendwelche Unternehmen. Dann hat diese Kofra Holding ein zweites Standbein. Das ist die Redefco. Die machen Immobilien. Die haben, ich habe jetzt verschiedene Zahlen gelesen, 300 bis 600 Immobilien, die sie verwalten und besitzen, wert 7,4 Milliarden. Also da ist schon Geld dahinter. Und jetzt pass auf, jetzt wirst du nämlich mit den Ohren schlackern, weil das eigentliche Kerngeschäft der Kofra Holding, die ihren Sitz in Zug in der Schweiz hat, ist C und A. Ja, weil hinter dem ganzen Ding steckt die Familie Brenningmeyer und die Gebrüder Brenningmeyer haben 1840, 1940, ich weiß es gar nicht, haben die C und A gegründet. Und daraus entstand das Immobiliengeschäft und immer weiter. Und ich habe da heute, glaube ich, den halben Tag damit verbracht zu googeln, was in diese Familie steckt. Das ist ja wirklich ein Familienbetrieb und dieser Kofra Holding hält halt diese ganzen Besitze und Milliarden und Vermögensbesitze zusammen. Und diese Bregal-Investment-Gesellschaft ist halt ein Teil davon. Und die wollen in den VfB investieren oder wollten das vielleicht. Und sie wollten auch tatsächlich schon Anfang des Jahres, das war, glaube ich, im März, im April, in die DFL investieren. Weil die DFL hat ja überlegt, die Vermarktung der Bildrechte im Ausland auszugliedern in einer Gesellschaft und haben dafür Investoren gesucht. Und da war dann Bregal auch ganz vorne mit dabei. Aber aus diesem Plan ist nichts geworden. Aber ja, grundsätzlich scheinen die schon Interesse daran zu haben, in den Fußball zu investieren. Und ich glaube, über dieses eigentliche Invest können sie kein Geld verdienen. Aber über diesen Kredit hätten sie vermutlich Geld verdienen können. Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Also die werden beim VfB mit Sicherheit nicht einsteigen wollen, weil es der Nachbar ist. Oder weil sie sich sowieso schon lange engagiert haben oder interessiert haben für den VfB, sondern die wollen über diesen Kredit dann Geld verdienen. Und dann werden die Zinsen tatsächlich so hoch gewesen sein, dass es dann irgendwann offensichtlich mal jemand bemerkt hat und sich gedacht hat, hey, halt mal, wenn wir diesen Deal eingehen, das geht nicht gut für uns aus. Weil das ist ja auch merkwürdig, dass du so eine Absichtserklärung unterschreibst, kurze Zeit später, die widerrufst, wenn es dann wirklich so war. Und der Grund dann die hohen Zinsen gewesen sein sollen. Also das, jetzt gehe ich mal davon aus, dass man das ja schon vorher irgendwie besprochen haben sollte, bevor man diese Absichtserklärung unterschreibt. Aber gut. Ja, und ich persönlich habe jetzt auch noch nie irgendein Geschäft über 100 Millionen abgewickelt. Aber ich, ja, es kommt nicht so oft vor. Aber ich glaube, ich würde auch nicht per SMS oder per WhatsApp oder per Telegram oder Signal absagen. Du bist ja aber auch nicht so ein junger, dynamischer Typ wie unser Vorstandsvorsitzender. Ja, absolut. Aber ich habe mich heute auf der Webseite von Bregal halt umgesehen. Und in der Regel investieren die zwischen 50 und 250 Millionen. Also der VfB ist dann nicht nur am unteren Ende der Skala, sondern er ist unter der Skala halt einfach. Moment mal, du hast gesagt zwischen 50 und 250 Millionen. Genau, sie wollen jetzt ja 40, ja, sie wollen 40 investieren. Nur das reine Investitionsvolumen. Ja, okay. Genau. Also sie wollen 40 investieren und dann nochmal 60 leihen. Und das Geld sammeln sie halt von Leuten, die in den Fonds einzahlen und das kippen sie halt dann irgendwie rein. Und wie gesagt, sie haben halt Mehrheitsbeteiligung und Minderheitsbeteiligung. Aber die sind natürlich drauf ausgelegt, halt Gewinn zu erzielen. Und ich glaube, beim VfB ist das über Investern eher schwierig, aber über den Kredit dann vielleicht doch zu realisieren. Und da hat man vielleicht beim VfB doch gemerkt, das klappt so nicht. Aber auf jeden Fall, was ich festhalten möchte, Bregal dahinter die Familie Brennigmeier, die übrigens, ich glaube, ich habe es heute gelesen, die neuntvermögendste Familie in ganz Deutschland ist. Das sind keine arabischen Scheichs oder so, aber die haben jetzt auch kein Interesse daran, dass der VfB besonders gut da steht, der Bundesliga. Die wollen halt Geld rausholen. Ja, das Ding, was mir jetzt die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist, wie willst du das jetzt in Zukunft beim VfB handeln? Weil irgendwie sehe ich jetzt halt nicht den Investor, der aus Liebe zum Verein hierherkommt und sagt, hier habt ihr mein Geld, macht halt mal. Ist mir egal, was dabei rauskommt. Also irgendwas möchte der Investor ja haben. Natürlich, ja. Da haben wir hier herausgefunden, dass bei Bregal offensichtlich die Verzinsung eines großen Kredites vielleicht der Anstoß des Interesses sein könnte. Ja, die Frage ist halt, was muss der VfB aufgeben, um einen neuen Investor zu bekommen? Ich glaube, da sind wir aktuell. Ich habe noch keine Antwort auf diese Frage gefunden. Also ich hätte auch kein Problem damit, wenn es einfach so bleibt, dass nur Daimler hier investiert und sonst niemand. Es wäre für mich halt auch mal interessant, warum der Daimler nicht bereit ist, mehr Anteile sich zu sichern. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass es für Daimler irgendwie ein großer Invest war, jetzt der VfB Stuttgart mit 40 Millionen. Also das ist ja auch für die eher Peanuts. Und man könnte jetzt sagen, wenn es dem Daimler wirklich wichtig wäre um den VfB, dann investiert man da noch mehr als eben diese 11,75 Prozent. Das wäre natürlich auch nochmal ein Versuch, wobei ich davon ausgehe, dass der VfB Stuttgart da schon mehrfach vorstellig wurde. Und man hatte ja lange Zeit die besten Drähte sozusagen in die höchsten Etagen. Ich weiß nicht, ob Peter Schümer die jetzt auch hat, aber man weiß es definitiv von Willi Port, dass der mit Sicherheit da an den richtigen Büros klopfen konnte, um vielleicht mehr Prozent rauszuschlagen. Ja, also ich bin gespannt, wie der VfB sich rein finanziell aus der Bredouille ziehen wird. Weil es wird irgendwann mal soweit sein, dass der VfB Geld generieren muss. Und es deutet immer mehr darauf hin, dass es über Spielerverkäufe geschehen wird. Weil ich sehe keinen Investor, der jetzt hier direkt präsentiert werden kann. Ich habe zwar gehört, das kann ich an der Stelle auch noch verraten, dass man nicht ganz untätig ist. Aber das habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Also das muss ich auch wieder sehr aufpassen, was ich sage. Aber man hat es schon häufiger gehört, dass, ja, ja, jetzt sind wir kurz davor und das weiß ich. Und dann passiert wieder nichts. Dann hörst du irgendwas aus der Bild-Zeitung, wie jetzt diese Nummer zum Beispiel oder Sky droppt irgendwie was. Das war ja offensichtlich die Meldung, auf die sich Sky bezogen hat hier mit Bregal. Ja, und dann hört man wieder lange Zeit nichts und man wundert sich. Aber ich glaube, laut Sky war ja auch der VfB schon mit Lagardeer einig, oder? Sky hat ja noch nicht mal kapiert, wie das genau läuft mit dieser Ausgliederungskode. Die haben ja da so ein ganz merkwürdiges Modell skizziert, das überhaupt nicht hinhaut. Aber die 100 Millionen, meine ich mich zu erinnern, fielen auch in diesen Sky-Artikel, oder? Ja, ich glaube schon, ja, ich glaube auch.